Hier kommen die Zombies, die verbrannt wurden, also die Menschen, die verbrannt wurden, kommen aus Zombies raus. Und aus dem Fass kommt auch ein Zombie. Hier ist der große Chrysard, der auch auf die Schnitzel will. Feierbolzen, cool. Cold Snap. Deception. So, wo ist der Oskar? Ja. Hatsch. Hat gar kein Schaden. Wo ist die Britta-Nasse? Ja. Ah, das war dumm was. Hi. Ich hate ja wie die Sache. So. So. Zwei. So. Ah. Okay. Gut. Ja, ein bisschen Brennen ist auch gut. Ist immer gut. Da ist doch gut. Na, ihr glaubt. Kommt hier. Oh cool. Na toll auch für den Templer. Brauchen wir das Ding. Das kann ich. So. Und wieder in die frische Luft, sehr schön. So. Ich brenne, wieso brenne? Ich mache das wegen dem Neffeln-Buff. So. 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 Da achte ich mir, beim Hexen-Doktor war das alles vielleicht. Ja, wir besiegen den Oberlobseher. Und gehen zum Endboss vom ersten Acht. Ein nerviges Teil. Aber ehem besser als die anderen. Weil er keine zweite Stufe hat. Und auch nichts okay angibt. So, aber zuerst müssen wir noch durch die Halle der Agony zu Level 3. Aber ich sehe nicht leicht, denn da ist ganz okay. So, einfach Hexen nach Nord. Bis nach oben. Flammenglades. Miss Caprice. Explosiv Blast. Okay. Dann machen wir... Hier. Hier. Die erste Rune an. Schau mal. Oh, schön. Hier. Der ist wahrscheinlich auch. Naja, so kenne ich ihn noch nicht. So. Wo ist der Ausgang? Müsste hier unten sein. Weiter unten. Weiter unten. Okay. Schauen wir mal. Ah, hier. Hier ist der. Wow. Okay. Nein. Guckst du. Was ruckelst du da? Hm? Der ruckelt rum. Näh. Der nervt hier mal ein bisschen Fleiß. So. Der ruckelt rum. Bisschen. Der ruckelt rum. Das ist immer noch ein bisschen. Was habt ihr das ein? Gerne. Ja. Oh! Ich glaube, dass das ein bisschen was ist. Der ruckelt. Dann fburn für den Rennlust. D grupo. Ich mache den Rennlust. Okay, Goblin Und hier ist er auch schon begangen davon. Ah, das war ein Goblin, der Ältesteine gibt. Cool. Haben wir hier einen Slot? Ne. Nur einen Helm. Okay. Und hier... Stärke, Dumb, Damage. Auch nicht. Wo haben wir denn Slots? Keine! Oh, das ist der Ufer. Okay. Gehen wir zum Boss. Ja, Marta kommt erst später. Das hat mich auch verwundet. Die ganze Akt, nur von Marta die Rede. Dann kommt sie nicht mehr. So. 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 Die 1-2 hat Maze, okay. Also es ist garantiert, dass ein Unique kommt beim End-Boss. Das erste Mal oder immer? Das frage ich nicht. Boah, ist der fett stark! Ist der Stamm! Also so viel Intelligenz. Leider mache ich Minus Damage dank diesem Ding. Das ist nicht so gut für mich. Keine. Der ist auch nicht so gut. Lassen wir es. Wir sammeln die Unique sowieso ein bisschen. Aber es sähe sicher cool aus. Na ja, geht. Oh, das ist schön. Die Knochen. So. Noch die letzten Gegner besiegen vom ersten an. Ja, du arme Tür. Ich komme hier. Ich bin jetzt in Akt 2. Ich bin jetzt in Akt 2. Aufnahmestaffel. Ja. Ich beende die zweite Aufnahmestaffel für heute. Ja, vielleicht morgen oder übermorgen nochmals. Und ja. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ähm. Ja. Verwertet das Video. Und kommentiert mit mir ein paar Sachen. Bitte. Ja, ja. So. So. Akt 2. Kaldeum. Und was wir hier entdecken und was wir hier finden und was wir hier Neues in der Beta finden, das erfahrt ihr dann in der nächsten Aufnahmesession von mir. Tschüss. Bis dann.